Weiter geht's mit Tomb Raider und dem nächsten Kampf, den ich beim letzten Mal versaut hab. Wir schaffen das aber irgendwie. Erstmal den... Und... Hä? Ich bin grad zu blöd... ...zum schießen. Oh. Ich hab' ja schön daneben geschossen. Im Nahkampf ist echt die Schrotflinte einfach am besten. Plus Axt. Wo kam die eigentlich runter? Hm. Naja. Wo kam die eigentlich runter? Hm. Na ja. Wo kam die eigentlich runter? Hm. Naja. Leicht verschossen. Ah, nicht... Wir haben mich fallen gelassen, statt zu springen. Was? Ich wollte den Bogen. Den Berg hab ich's gezeigt. Den Berg hab ich's gezeigt. Was? Was? Wie ist es? Was? 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 Gerade mal die Richtung anpeilen, da hinten hin. Das Gitter sieht irgendwie so auffällig aus, aber das... Es leuchtet nur. Entdecken Sie das alte Grab. Soll ich runter oder hoch? Ich dachte, da unten geht's vielleicht rein. Ich glaube, ich muss hoch. Die Kameraperspektive ist ja genial, ich sehe nämlich gar nichts. Hä? Ich kann mich auch gerade nicht sehr weit umgucken. Das war halt vielleicht doch runter. Hä? Das Wasser. Wenn ich Wasser sehe, ich muss rein. So ist es halt. Das Wasser. Hm, ich will an die Kiste! Keine Ahnung, wie man da hätte drankommen können. Sei ruhig, und hätte bitte Mädchen ausschauen. Nein, nein, du hast nichts gehört. Du hast nichts gehört. Ja. Das ist mein Plan, euch alle umbringen. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kam die Oni. Zuerst ging die Lichter aus, und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren, und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten, wir konnten sie nicht aufhalten. Alle stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir, wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Das ist ganz angenehm, wenn die ein bisschen schneller vorlesen. Wenn ich zu der Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Ron. Wie wir alle. Ich will diesen Schalldämpfer haben. Ich verlege, ob ich den auf den spare. Explosionspfeile sind noch mehr. Hm. Äh, Sekunde. Ich hatte da hinten aufgemacht. Warum? Außer, dass es mir Aufmerksamkeit gebracht hat von den anderen. Hä? Geil. Tollen Haufen toter Soldaten da unten. Das sieht ekelhaft aus. Deshalb hab ich diese Tür geöffnet. Ich hab mich schon wieder ab in die Brühe. Ist mir ekelhaft. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Einfach mal alle Knöpfchen drücken. Das Gitter. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit der Wucht nach unten befördern. Ja, das Gitter ist ein leichtes Problem. Das hätte sie ja vorher sehen können. Ich muss irgendwie da durchkommen. Kommst du da durch? Nein? Sonst kannst du ja mal alle Türen aufmachen. Sonst kannst du ja mal alle Türen aufmachen. Jetzt bin ich Ebene 3. Von oben auf den Aufzug springen. Ich weiß noch nicht. Da kann ich wieder Knöpfchen drücken, aber ich möchte gerade mal gucken. Die Kiste, da komme ich nicht ran. Da kann ich rüberspringen. Ebenen 4. Kiste? Ich dachte, die fällt jetzt da unter. Steht jetzt da oben. Scheiß Kiste. Ich muss noch 3 lockern. Was, bitte? Oh. Ich glaube, wir müssen irgendwie versuchen, an die Räder ranzukommen, oder was? Ich weiß noch nicht so genau, aber sie meinte 3 lockern. Ja. Ich glaube, da ist jetzt so eine Öffnung. Könnte sie da... Kann sie sich da festhalten? Nein. Von der anderen Seite... Ich muss die anderen Teile lockern. Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Danke. Hier. Wir brauchen schon Räder. Jetzt müssten wir es einst runterfahren. Oh, da komme ich jetzt in die Kiste. Damit ich dann hier das machen kann. Ja? Nein? Vielleicht? Wunderbar. Wie komme ich jetzt hier runter? Au. Ähm... Wie komme ich jetzt runter? Muss ich die nochmal in Level 4 hochschicken? Ich will immer mit ihr rennen und stelle fest, dass sie das ja gar nicht kann. Ich schicke ihn gerade nochmal hoch. Ah, okay. Ja. Da ist das Rad. Da ist die Kiste. Ich muss da irgendwie hin. Das ist nur die Frage, wie. Wie kann sie da eigentlich durch, ne? Wie komme ich da hin? Hm. 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 Ah, da ist aber so ein... Kann ich mich so festhaken? Ja, von wo aus? Da geht's ganz runter. Es dauert noch ein bisschen. Wir kriegen das aber hin. Das ist nur diese Ecke. Komm, lass dich einfach runterfallen. Zeit sparen. Aber wie komme ich denn an diese Wand? Ich komme hier auch nicht durch. Ich müsste... Muss ich von der 3 aus... Ach Gott. Ja, ich glaube, ich muss erstmal zu 3 und... Hä? Aber dann kann ich ihn doch nicht wieder hochschicken. Ich raus kann nicht. Nö. Weil durch dieses Loch da oben durch... ...käme ich ja wahrscheinlich irgendwie an die Wand. Nein? Kann ich das eigentlich auch drücken und dann schnell hochrennen? Nein, das macht keinen Sinn. Ich kann's ja nur oben drücken. Ich bin gerade so ein bisschen... Hä? Ich weiß es nicht. Wie komme ich denn an diese Wand? Dieses Rätsel ist mir ein Rätsel. Hält sie sich da fest? Oh, sie hält sich da fest. Gut. Hält dich da auch fest? Nein, nein, nein... Shit. Das ist... Das nervt mich jetzt gerade wieder so ein... ...gaanz kein bisschen. Nein, 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 nicht da hoch. Das Wasserkasse. Irgendwie hangelt sie sich da nicht rüber, weil da diese Schienen im Weg sind. Halt dich fest. Nicht, wenn ich X drücke. Ich weiß nicht, wie ich sonst da rüberkommen soll. Allerdings kann ich dann auch... Ich muss ja den Aufzug eins hochschicken. Wie soll ich denn gleichzeitig durch das Loch durch? Ich muss durch das Loch durch, ich muss an die Wand, ich muss da rüber und das Ganze, wenn der Aufzug im vierten Stock ankommt. Bevor er da ankommt, eigentlich. Jetzt ist sie durch das Loch gesprungen. Ah, das Spiel macht mich fertig. Ich weiß noch nicht, was sie gerade gesagt hat. Das hätte mir bestimmt geholfen. Ich dachte, das ist ein Tipp. Jetzt bin ich nämlich mit dem Aufzug wieder zu hoch. Das ist doch ein Krampf. Das ist doch erstens... Da geht's nicht weiter. Macht sie hier? Naja, da lässt sie... Danke. Lässt sie sich einfach so fallen. Aber nach links rum lässt sie sich zumindest mal nicht fallen. Kann sich nur noch um Tage und Stunden und Jahre und Wochen handeln, bis ich das geschafft habe. Vielleicht mache ich auch noch irgendwas falsch. Ich komme mich noch irgendwo hoch und ich sehe es einfach nicht. Wenn sie da jetzt drüber springen würde... Ne, das tut sie nicht. Weil eigentlich müssten die Lösungen ja immer alle so sein, dass sie das eigentlich ganz gut hinkriegt, ohne dass ich irgendwie viel tricksen muss. Boah, ich habe keine Ahnung. Was ich da jetzt falsch mache. Wo man sonst auch irgendwo hochkommt. Ich muss ja auch da oben noch an die Kiste fahren. Gibt sie da vielleicht irgendwo? Oder durch die... durch das Loch durch, an die Wand. Aber wie gesagt, ich muss ja trotzdem das Ding hier... Und jetzt... Ahahahahaha. Ich muss nur keinen Fehler machen, weil ich will das jetzt nicht nochmal... ...tun müssen. Ach, Gott sei Dank. Ach, Gott sei Dank. Sehr gut. Kriegen wir das heute noch hin. Ich glaube, das hat funktioniert. Das hat wunderbar funktioniert. Nur ist die Frage, was uns das gebracht hat. Ist der Aufzug jetzt nicht kaputt oder so? Achso, ich glaube, ich muss einfach nur da hin. Na dann. Und dann lauern die nächsten Feinde... Mach ich die gerade noch platt, bevor ich die Aufnahme beende? Kann ich da durchschießen? Ich könnte da durchschießen, wenn sie sich... ...nicht ducken würde. Ich mach hier gerade noch den Weg frei. Und dann haben wir auch wieder einen Aufgang. Okay. Ich verstecke mich hier und beende die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Tomb Raider.